Hallo und herzlich willkommen zurück bei Blacktree Gaming. Ich bin der Junior und ich spiele heute wieder Metal Storm. Ich fliege heute eine A6 im Führer. Ich bin der in der Mitte. Und ich starte hier heute direkt in eine neue Rolle. Einfach wir spielen gegen Thanos. Okay, sorry. Wir haben direkt verloren. Nee, ähm. Genau, das ist das schicke Teil. Weiß gar nicht, kann man es? Ah ja, hier. Da. Schönes Teil. Ähm. Das habe ich in der letzten Folge, in der ersten, freigeschaltet. Schaut ihr gerne an, wenn ihr es nicht gemacht habt. Liked und abonniert, damit ich weiß, dass es euch gefällt. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr was anmerken wollt. Ähm. Und ja. Direkt in eine Runde rein. Schauen wir mal, was führt, ne? So, die kommen da nämlich gleich alle wieder her. Genau. Das Problem ist halt, die erfassen mich halt alle direkt, ne? Alter, wie kann der mich denn treffen, bitte? Sehr schön. Ich hab schon. Ich muss zum nächsten Heilungspunkt. Da kann man gar nichts. Wo ist denn der? Bin jetzt rumgeflogen. Nee, der hängt hinter mir. Ach schön, der hat ihn getroffen. Na, das sieht man oben rechts auf der Minimap hier. Das sind so diese Freistriche, die einen Pfeil bilden. Das sind Raketen. Oder halt ja, keine Ahnung von den anderen. Ähm. Genau, man sieht ja auch die die Gegner. Oh, nee. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hier. Bin ich da. Ich bin da. Warum bitte. Das ist ganz enthiel. Danke. Wäre aber leicht. Aber dann würde ich mir hier mal wieder Ding. Ich habe auch nur noch zweimal Schuss. Alter, das Ding ist echt so träge, das ist schlimm. Ich werde halt mit jeder Rakete getroffen. Okay. Hier rein, dann. Ah ja, haben wir schon gewonnen. 20 zu 4. Schnelle Runde. Ähm. Das haben sie gut gemacht. Ah, ich war lange nicht mehr Erster, ne? Das muss sich ändern. Immer nur so zwei da. Oh, auch nur vier Medaillen. War sechs Kills. Null. Tode. Gut. Wieder Level Aufstieg. Ja, perfekt. Kriege ich schon eine Kiste. Hoffentlich mit... Ja. Äh. Kleine Kiste. Bitte. 180 Silber. Ich will genau das nur für die A6. Ach komm. Ist doch, ist doch nicht nett. Ich schaue jetzt aber mal wegen der Mission. Naja, ein Flugzeug muss ich noch abschießen. und dann... spiele ich glaube ich mit der... mit der F5-Tiger nochmal. Eine Runde und dann... der Super Saver. Die Super Saver habt ihr auch noch gar nicht gesehen, ne? Da muss ich euch zeigen. Auch spannendes Teil. Ich hätte halt Raketen, Bordwaffen und... Ich muss echt mal gucken, wie das heißt. Also Raketen sind ja die ohne... ohne Zielerfassung. Die, wo ich jetzt eben an der A6 dran hab. Oh, Alter. Geile Jets in unserem Team. Naja, schick. Aber... Ähm... Weil, wie heißt denn ich... zum Thema zurückzukommen? Wie heißen die, die... mit Zielerfassung haben. Das sind ja Missiles. Im Englischen. Aber wie... Wie heißt das auf Deutsch? Ich will es ja auf Deutsch wissen. Mission 37. Auch eine starke Taktik. Gegen die Wand fliegen. Kommt auch gut. Wir kommen jetzt über einen Bergtrieber. Überraschung für die anderen beiden. Perfekt. Da war keine Überraschung. Hier aber für den. Oh, das war knapp. Dann komm ich hinter den her. So. Sehr schön. Sehr schön. Also, konnte ich nicht mehr bekommen. Was fliegt denn da rum? Oh. Aber wir sind sehr gut grad. Wir haben einen Schaden eingeschenkt. Das ist gut. Das ist gut. Oh. Oh, nee. Das ist nicht gut. Okay. Heilen. Oh, das war knapp. Der ist immer noch hinter mir. Nein, Alter. Der hat mir ja richtig gut jetzt Damage gegeben. Der ist halt direkt hinter mir, ne? Kann ich auch nix mehr machen. Muss mir jetzt einer helfen. Alter. Und hinter dem, der hinter meinem her fliegt, sind zwei andere dran. Oh, ja. Oh. Ich bin in den Ding geflogen. Aber das war schön. Das war schön. Jetzt heile ich mich kurz und dann gehe ich auf die anderen noch drauf. Nee, nee. Du lässt den schön in Ruhe jetzt. Oh, ich hab gar keine, gar keine Paketen mehr. Der schön alle an der Wand zerfällt. Und gewonnen. Easy. So macht man's. Sieg. So. Na, ich bin Erster. Das ist schön. Neun Kills. Zwei Assists. Null Tode. Ja. Ist sehr gut. Fünf Medaillen ist okay. Okay. Schön. Ja. Gut. So, mittlere Kiste. Komm, jetzt aber. Hier. Ja. Perfekt. Direkt erstes Level schon. So. Da kann ich doch den hier gleich mal upgraden. Bessern. Dann macht die plus zwölf Schaden. Oh, zwölf Schaden ist richtig gut. Okay, 4500 noch. Okay, 4500 noch. So, aber. Da sind jetzt die ganzen. Dann gewinne ich jetzt noch zwei Kämpfe. Hm. So, dann mache ich jetzt noch zwei Kämpfe. Dann gewinne ich jetzt noch zwei Kämpfe mit der A6. Und dann noch einen mit der 5. Weil die A6 so Spaß macht. Oh. 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 hier sieht man radargesteuerte Lenkflugkörper, Lenkflugkörper heisst es. Ja, die haben halt alle auch so verschiedene Symbole. Okay, okay, okay. Nichts allzu krasses im Gegenteil. Ne, Mama. Na da. Und wo sind sie? Wo sind sie? Alter, der kann echt lang büsten. Holger. Da ist er gut. Na, so ein Drehen. Ach so ein Drehen. Wir dürfen mich nicht erwischen. Da haben wir zwei Punkte schon geholt. Perfekt. So wie sie hält denn auf. Da ist gleich mal nachladen hier. Oh ne, verfolgt der mich jetzt? Das ist jetzt schon wieder so wie die vorhin. Ja, heute da. Der Flugzeug ist halt viel wendiger, ne? Und dreh dich. Oh ne. Und von, 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 von. Und durch. Ja, schön. Geile Taktik. Drei, vier Raketen reinballern. Und dann mit den Schützen. Erstmal. Ohne. 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 Da drunter, dann kann ich jetzt. Ich weiß noch die Kamera. Ohne. Ohne. Mit nichts. Das ist ja auch immer richtig in der Kamera. Oh. Oh. Ohne. 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 Mich verfolgen zwei Leute. Das sollte ich aber auch noch nicht mehr machen. Ohne. Komm bitte, die Asse hinter mir muss doch was machen gehen. Das wird nichts. Bitte nicht. Alter wie viele, wie nehmen die uns gerade auseinander? Nein, 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 nein. Nein. Eine Teufel, oder? Ach komm. Die 5 HP hat jetzt eine mittlere Reichweite an der Rakete auf mich geschossen. Angeber. So. Geh ich mal zu denen. Die unterstützen. Beide sollten die hinkriegen, oder? Ja, schon fertig. Und gewonnen. Ah, ich bin sogar wertvollster Spieler, aber mit nur 700 Punkten. Pfff. 700 Punkte sind halt echt nicht viel, ne? Ja. So, wieder ein neues Level. Perfekt. Boah. Ja. Ne, okay, schade. So, weiter. Aufgestiegen. Super. Einmal muss ich noch gewinnen. Genau, und dann... ...wählen wir hier mit der E5. Weiter. So, perfekt. Es lädt schon wieder direkt. Übernimmst du den Nachbrenner beim Wenden, um die ideale Kurvengeschwindigkeit beizubehalten. Ja, Nachbrenner ist eben W, also... ...pusten. Wenn man S drückt, dann lädt sich der auch schneller auf. Also, wenn man bremst, dann lädt sich der schneller auf. So, ich gebe jetzt mal Gas. Dann drücke ich jetzt nichts. Jetzt, wenn ich bremse, dann geht der ganz schnell. Und... ...ja, ne? Seht ihr? So. Na, der hat nicht lange überlebt. Oh ne, wo fliege ich hin? Au. Sehr gut. Da. Der lebt noch. Oh ne. Der ist dieses Alter 2 schon wieder direkt hinter mir. Ja, sorry. Was soll ich denn machen? 3 gegen 1 ist doch ein bisschen unfair, oder? Oh ja. Ich krieg Unterstützung. Ja, schön. Jetzt Tierflug. Ja, sie haben mich in Ruhe gelassen. Danke. Der hat mir geholfen. So. Umdrehen. Jetzt helfe ich ihm. Nein, nein, nein. Kill ihn nicht. Sehr schön. Ach, komm. Wieso ist er auch schon wieder direkt hinter mir, ne? Das ist schön. Ah ja, er explodiert. Schön. Der wird nix. Na sicher. Es sind schon wieder zwei hinter mir her. Ja, ist doch schön. Nein. Wollen die alle von mir? Oh nein, jetzt verfolgt der mich auch noch. Ach, komm. Du verarschen. Mal runterdreifen. Tja, ne Höhle? Ne, schade. Ich lebe mich nicht. Ich lebe mich nicht. Gar nix kann der mir. Gar nix. Wenn der mich jetzt schon wieder direkt mit einer Rakete wegnimmt. Oh, Junge, Junge, Junge. Alter, wir fliegen hier grad zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir fliegen hier zu sechst im Kreis. Alter, wir fliegen hier grad zu eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Komm, gönn den Kill. Ich hab keine Munition mehr. Also wirklich gar keine. Sieben Raketen noch und keine... ...keine... ...Bordwaffen mehr. Könnt kritisch werden. Oh ne, jetzt verfolgt mich schon wieder einer. Okay. Pull-HP hab ich. Das ist gut. Ich kann gleich unterstützen, komm. Ich muss nur ganz kurz Munition holen. Ah, wobei 19 zu 10, ja, wir haben easy gewonnen. Irgendeiner wird jetzt noch den Kill holen. Ja, sorry, okay. Ja, dann hab ich halt den Kill geholt. Gut. Ähm. Ja, ich bin ein bisschen zerstört worden. Von allen. Ich bin trotzdem erster noch. Was, ich bin nicht gestorben? Ich hab gedacht, ich bin nicht gestorben. Aber 8 Kill ist stark. Okay. Sehr schön, sehr schön. Mal 750, das heißt richtig fett. Ja, geil. Dann lass mich doch kurz auf Super Saber umsteigen. Nein. Auswählen will ich. Danke. Mach jetzt erstmal... Ne, ein Kampf muss ich noch gewinnen. In der F5. Ne, dann mach ich lieber das. Ein Kampf sollte easy zu gewinnen sein, denke ich. Und dann kann ich richtig, richtig... Äh... Container einsammeln. Ah. Also, mir macht's auf jeden Fall Spaß. Wenn's euch auch Spaß macht zuzuschauen, dann... Liked. Dann weiß ich, dass es euch Spaß macht. Oh, Luftüberlegenheit. Das kennt ihr noch gar nicht. Das ist... Ja, geil. Einer ist einfach Payback. Ähm. Es sind... Da gibt's drei Checkpoints auf der Karte verteilt. Und da muss man durchfliegen, um den Checkpoint zu erobern. Der Gegner kann da auch durchfliegen, dann gehört er den. Und... Man sieht oben, da werden die Punkte aufgefüllt. Und da, wo man... Also... Das Team, wo als erstes 200 Punkte erreicht hat, hat gewonnen. Die Frage ist jetzt natürlich, soll ich... Drei Kämpfe Team Deathmatch gewinnen, oder... Drei Kämpfe einfach so... Hier, guck mal, wie gesagt, das ist eine F-16. Und F-16 ist ja krass, eigentlich. Aber ich konnte die jetzt trotzdem eigentlich relativ easy wegmachen. Klar, gibt's da nochmal... Ist es was anderes, wie jetzt... Noch eine F-5, ne? Aber... Es ist kein so krasser Unterschied. Ich kann da nichts dagegen machen. Noch eine Show. Ach, komm. Das war richtig stark von mir. Richtig, richtig gut. Was ist denn auch noch wegen sowas sterb? Oh, ne, die führen. Oh, je. Ach, komm. Ich hab gedacht, das ist ein super bewegliches Teil. Meine Fresse, ey. Ich kann doch jetzt nicht zweimal kaputt gehen, weil ich so dumm bin zu fliegen. Oh, wow. Und das ist die schlechteste Runde, die ich bisher hatte heute. Zweimal gestorben, das ist schon mal nicht gut. Ja, und wir verlieren das wahrscheinlich auch. Kommt, man muss... Man kann jetzt aber schon auch mal noch C. Ja, genau. Perfekt. So, da ist einer bei B. Ja, das war ja gar nichts. Haben sie wieder C. Ach, komm. Sollen wir uns ernsthaft hier wieder die ganze Zeit im Kreis fliegen und den Kontrollpunkt sichern? Ich mein, mir egal. Ich sammel Punkte, ne? Oh, ne. Da kommt einer dazu. Ja, komm. Aber wir sind wieder gut dabei. Eigentlich 150 Punkte wir führen. Oh, ne. Jetzt ist schlecht. Jetzt haben wir beide Punkte. Ah, jetzt haben wir alle drei verloren. Ja. Ja, moin. Komm, den, der hatte A, solltet ihr doch easy holen können jetzt eigentlich. Kann B machen. Komm, A. Was machen die denn? Sichert doch A. Nein, das gewinnen die jetzt. Ja, komm. Ich wäre jetzt schon wieder dagegen geflogen, ne. Ich wäre jetzt schon wieder dagegen geflogen, ne. Ich muss mal schauen, ob ich ein Deathmatch gewinnen muss. Ich muss mal schauen, ob ich ein Deathmatch gewinnen muss. Wenn man da so... Wenn man da so... Da gibt's so viele... So viele... Also da kann man in einem Canyon rumfliegen und... So eng fliegen, ne. Wenn ihr wisst, was ich mein. Kann man halt eng am Stein vorbeifliegen und den Gegnern dadurch vielleicht abhängen. Hoffentlich. Wenn's klappt. Ja, komm. Ah, jetzt. Ach. Also ich will kurz zusammenfassen. Ich hab jetzt bisher nur... Team... Go down. Was auch immer. Spielt. Alles gewonnen. Außer jetzt. Ähm. Außer jetzt, wo wir... Ding eine Eroberung machen. Ich... Oh, ja, ja. Man kann markieren. Ja gut, sollte ich vielleicht auch noch irgendwann mal lernen. Ach, ne. Ach, ne. Alter, das... Ey. 3 HP, der will mich doch komplett verarschen. Oh, ne. Komm. Oh, so wichtig. Okay. A. Nee, A hole ich wieder. Oh, ne. Okay, schön. Komm, mach den weg. Mein Kill. Ja. Gut. Sehr gut. Nicht gegen die Wand. Nicht gegen die Wand. Ähm. Warte, 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 warte. Da will doch schon wieder die A6 hier A-Ketten. Niemals. 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 Oh, ne. Oh, ne. Da. Ja. Ja. Sehr gut. In die Wand geflogen. Weg geflogen. Ja, komm. Ja, komm, ich wollte grad sagen. Die können wir doch jetzt... Der kann sich doch jetzt nicht ernsthaft. Ja, okay. Fark. Gut gespielt. 200 zu 63. Sehr gut. Erdfalls der Spieler. Achso, das bin gar nicht ich. Größter Proreiser. Ich bin dritter. Ja. Podium. Komm. Na, schade. Gut. Ich würd sagen, ich mach das jetzt noch schnell durch. Ich sammle jetzt erstmal hier die, in Anführungszeichen, unwichtigen Sachen ein. Oh ja, 100. Was ich will. Das ist super. Ich nehm natürlich die hier. 10 Gold. Auch. Gold ist wichtig. So, zwei Kisten hab ich. Okay, aber erstmal die kleine Kiste. Silber. Super, Silber. 8. Äh, 5. Sorry. Jetzt. Ja, gut. A6. 300. F8. Schön. So, dann tue ich doch mal. Hier. Verbessern. Oh, das bringt Punkte. Ah. Sollte ich dann vielleicht mal. Na, ist das billiger? Ne. Ne, ne, ne. Mach ich das hier mal? Und das dann noch mehr? Ja. 1200. Boah. Bin ich ja gleich schon beim nächsten Angerlevel. Ja. Oh, guck mal. Wendigkeit. Im Gegensatz zu... Ja gut, okay. Brauchen wir nicht drüber reichen. Ähm. Ja gut, aber. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ähm. Das war gar kein Deutsch. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Äh, vielen Dank. In der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall die Super Saber fliegen, damit ihr die auch mal gesehen habt. Ähm. Ja, ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Liked. Damit ich weiß, dass es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, dann... Schreibt in die Kommentare, warum. Damit ich mich verbessern kann. Ähm. Und... Schreibt auch in die Kommentare, wenn ihr irgendwas anmerken wollt. Oder... Keine Ahnung. Und für die... Ganz, ganz... Lustigen unter euch. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und einen Kommentar schreiben könnt. Oder halt. Wollt. Und mir eine richtige, richtige Freude machen wollt. Dann würde es mich mega, mega freuen. Wenn ihr einen Kommentar schreibt. Mit irgendeinem Wort. Vielleicht Gartenzwerg oder... Oder vielleicht F22 Raptor. Würde mich auch freuen. Finde ich auf jeden Fall super. Ähm. Ich danke euch, dass ihr bis hierhin geschaut habt. An sieht sich beim nächsten Mal, hoffe ich. Und, ähm. Ja, bis dahin. Ciao. Von. Ja.